Und ich muss sagen, dass die Atmosphäre hier einfach geil ist zum Trainieren. Trainer sind geil, man kann mit denen immer reden. Was mir aufgefallen ist, als ich damals hierher gekommen bin, dass hier eine unwahrscheinliche Sauberkeit herrscht und die Freundlichkeit des Personals. Vor allem finde ich cool, dass man hier einfach herkommen kann. Man fühlt sich hier wohl, man bekommt immer Hilfe, man fragt, aber es ist auch nicht so aufdringlich wie in anderen Clubs, finde ich persönlich. Was mir am Fitnessclub gefällt, ist, dass für jede Sportart ist etwas da und keine Sportart wird wirklich außen vor gelassen. Das ist halt meiner Meinung nach, wenn man es jetzt mal so mit anderen Ketten, wie zum Beispiel mit Fittershaus vergleicht, das Standard-Gym. Also ich finde die Kundenbindung hier sehr schön, die Atmosphäre einfach. Mir gefällt die familiäre Atmosphäre hier und dass man bei jedem Ziel, was man sich setzt, hier unterstützt wird. Und was ich gut an diesem Fitnessclub finde, ist einfach die Größe. Also ich finde es jetzt nicht so überladen. Die Mitarbeiter sind super nett und ich fühle mich echt gut aufgehoben. Und vor allem das Beste ist, dass Mitglieder nicht so spießhaft drauf sind. Mit denen kann man auch mit Späßen machen. Ich liebe am iFitnessclub, dass die Leute so sympathisch sind. Ich habe mich seit Tag 1 total willkommen gefühlt. Und jedes Mal, wenn ich hierherkomme, macht das total Spaß. Das Personal ist sehr aufmerksam, wenn irgendwelche Studiummitglieder ihre Übungen falsch ausführen, nicht korrekt sind oder weiß ich was, dann ist der Trainer auch an der Seite, schaut sich das an, korrigiert die ganze Sache. Also hier legt man sehr viel Wert darauf, dass das Training auch ordnungslos durchgeführt wird. Und auch mit den Trainingsplanen, dass man da wirklich hinkommen kann, wie Trainer fahren kann, die dann wirklich Körperanalysen machen und so und total hilfsbereit sind, finde ich echt richtig cool hier. Also die ganze Art und Schere halt, dass das so beiträgt ist, super aufgeräumt hier. Wenn man jetzt mal so, naja, gerade zum Beispiel den Vergleich zum EFitnessziel, da liegt ja alles rumiert, alles drin, sauber, organisiert. Ja, man fühlt sich da einfach unten wohl. Die Leute, die hier sind, wie ich schon meinte, die Mitarbeiter, machen sich super mit denen, sind immer super freundlich. Besonders hervorheben möchte ich die Physioabteilung in diesem Fitnessstudio. Die haben Sachen bei mir in den Griff bekommen, die seit zehn Jahren keinen Physiotherapeut in den Griff bekommen haben. Darum möchte ich diese Abteilung besonders erwähnen. Was mich hier dran sehr gehalten hat, weiter zu trainieren, sind die Trainer, weil die einen echt motivieren. Ich komme sehr gerne her, macht mir großen Spaß. Das Team ist super, die Atmosphäre ist sehr, sehr gut. Ich selber versuche einfach fit zu sein, fit zu bleiben. Und jetzt zum Taibo. Mann, war das gut. Nach dem Taibo, wuhu. Yes. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mich einmal in einem Fitnessstudio wohlfühlen würde. Und ich bin froh, dass ich in diesem Studio trainieren kann, dass ich mich hierfür entschieden habe. Und ich glaube nicht, dass ich hier das Studio nochmal wechseln werde, weil ich sage ganz einfach mal so, in meinen Augen besser geht es nicht. Ich glaube nicht, dass ich nicht.